Kapellengespräche mit Angelika Witschak Mein Name ist Angelika Witschak, ich bin Journalistin und Theologin. Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart bin ich unter anderem für den Podcast Kapellengespräche zuständig. Diese Staffel der Kapellengespräche beschäftigt sich mit Gemeinden und Riten, die anders katholisch sind. Heute bin ich in der Pauluskirche in Stuttgart-Rohracker. Hier feiern die Iraker ihre Gottesdienste nach dem khaldeischen Ritus. Zur Diözese Rottenburg-Stuttgart haben sie eine besondere Verbindung, denn Bischof Gebhard Fürst ist der Protektor der khaldeischen Christen in Deutschland. Deswegen tauschte er sich auch vor ein paar Jahren mit Bischof Wader in Erbil aus und besuchte dort einige Hilfsprojekte, die von der Diözese finanziert wurden. Darüber, was die khaldeische Gemeinde so besonders macht, spreche ich jetzt mit Subdiakonin Junia Hilbert. Frau Hilbert, stellen Sie sich doch einmal kurz vor. Mein Name ist Junia Hilbert, verheiratet, habe zwei Töchter. Ich bin seit 1986 in Deutschland, bin mit einem Deutschen verheiratet, Jochen Hilbert, den habe ich in Bagdad kennengelernt, bin mit ihm 1986 nach Deutschland gekommen. Und seitdem wohne ich in Schorndorf. 2007 habe ich Pfarrer Happe kennengelernt in Stuttgart und seitdem bin ich hier in der Kirche als khaldeische Gemeinde dann integriert. Ja, die khaldeische Gemeinde feiert ja den Gottesdienst ein bisschen anders. Das konnte ich gerade auch erleben. Vor allem ein bisschen anders, als wir deutschen Christen das gewohnt sind. Wir haben ja offiziell den sogenannten römischen Ritus. Was sind denn die Besonderheiten? Sie haben bestimmt ja schon gesehen, also der Gottesdienst ist auf aramäischer Sprache, aber auch khaldeisch teilweise. Khaldeisch ist eine neuere Version von Aramäisch. Aber auch manche Gebete sind auf aramäisch, weil viele Gemeindemitglieder können nur aramäisch. Unser Ritus ist ja aus Ostkirche. Die Liturgie wurde von den Heiligen St. Adde und St. Marie geschrieben. Die sind Jünger von den Heiligen Thomas gewesen. Und bis zum heutigen Tag wird der Gottesdienst nach dieser Liturgie gefeiert. Am Anfang die zwei Gebete, die die Gemeinde mit dem Pfarrer, mit dem Chor, mit den Subdiakonen gesungen haben, das sind diese besonderen Gebete, die noch von dieser alten Liturgie stammen. Das erste Lied stammt direkt von dem heiligen Shimon Barzabai. Das ist der Schutzpatron unserer Gemeinde hier. Der wurde hingerichtet mit vielen Laien und Priestern von den Persern. Und auf dem Weg der Hinrichtung hat er das Lied gesungen oder geschrieben und hat die Leute ermutigen. Und das wird bis, wie gesagt, jeden Sonntag bei uns im Gottesdienst gesungen. Und natürlich die Tradition, die wir vom Osten mitgebracht haben, die Sprache, die Kultur, das dominiert auch in unserem Gottesdienst. Bei uns wird viel gesungen im Gottesdienst. Evangelium wird jeden Sonntag vom Pfarrer gesungen und nicht nur gelesen. Es gibt Gebete, die nur der Pfarrer singt. Es gibt Gebete, die Gemeinde mit Subdiakonen, mit dem Chor zusammensingen. Ja, das sind die so. Aber ansonsten gibt es keinen grundlegenden Unterschied zu der Messe in der lateinischen Kirche. Mir ist auch aufgefallen, ich kenne es so von uns, dass der Diakon sagt, der Friede sei mit euch. Und dann gibt man sich gegenseitig den Frieden mit der Hand. Das ist ja hier ein bisschen anders. Können Sie das nochmal beschreiben? Ja, also bei uns kommt, haben Sie es gesehen, ein Subdiakon kommt, kniet vom Altar, bevor der Pfarrer den Gruß gibt, also den Segen gibt. Und dann steht der Diakon, geht, küsst erstmal den Altar und dann nimmt er den Friedengruß direkt von dem Kreuz, was der Pfarrer in der Hand hat. Und dann sagt, Friede sei mit euch. Dann geben die Ministranten, die Kleinen, den Friedengruß erstmal hier im Altarraum an den Restlichen, die da sitzen. Und dann gehen sie in die Gemeinde runter und geben den Gruß weiter. Und auch nicht mit einem Handschlag, sondern man gibt sich sozusagen die geschlossenen Hände, werden auf die anderen geschlossenen Hände desjenigen gegeben, der den Friedensgruß empfängt. Auch die Kommunion ist mir aufgefallen, war ein bisschen anders. Die Messdiener hatten so eine Schale noch dabei. Damit die heilige Kommunion nicht, falls die runterfällt, dann hat er eine Paterne drunter, dann fällt sie auf die Paterne und nicht auf den Boden. Weil das ist das Heiligste, was es bei uns gibt. Und bei den Kindern, die jetzt noch keine Erstkommunion hatten? Ja, die sollen die Hände kreuzen auf der Brust und dann den Kopf nach unten, wenn sie zur Kommunion kommen. Aber die bekommen die Schale von der Kommunion auf dem Kopf als Segen. Also sie empfangen den Segen von der heiligen Kommunion und gehen weiter. Ja, jetzt haben wir ja schon ein paar Unterschiede gesehen, die es während der Liturgie, während der Messe gibt. Aber es gibt ja auch noch mehr Unterschiede. Fangen wir vielleicht mal mit dem Optischen an. Ich habe gesehen, sie hatten ja auch andere liturgische Kleidung. Also der Priester sah ein bisschen anders aus. Sie hatten selber als Subdiakonin auch zum Beispiel ein Kopftuch an. Dann hatten die Messdiener, hatten relativ normal, würde ich sagen, die Kinder eine Alpe. Aber dann gab es ja auch noch Erwachsene. Waren das auch Subdiakone oder waren das Messdiener? Vielleicht erzählen Sie da einfach ein bisschen was dazu. Also wir sind hier sechs Subdiakone, die älteren, die zwei Herren. Und heute waren wir zu zweit, heute hat einer gefehlt und wir drei hier. Wir sind alle Subdiakone. Subdiakone sind geweiht vom Bischof. Unsere Weihe war 2013. Da kam unser Bischof aus Erbil, das ist im Nordirak, hat uns geweiht. Wir waren eine Gruppe mit 20 Personen, 17 Herren und drei Frauen. Von Mainz, Pforzheim, Stuttgart und Heilbronn. Alle Gemeinden. Wir tragen weißes Hemd und Stohle und Zingelum. Wie sieht denn die Stohle aus? Die ist ja auch besonders gebunden. Ist ja jetzt nicht wie bei einem deutschen Diakon zum Beispiel im römischen Ritus, dass der von der Schulter schräg über den Oberkörper geht, sondern er sieht ja ein bisschen anders aus. Ja, bei uns ist es genauso auch, beim Diakon. Aber wir sind keine Diakone, wir sind Subdiakone. Wenn wir, ich nicht natürlich als Frau, aber wenn die Herren zum Diakon geweiht werden, kriegen sie auch dann so eine Stohle. Aber jetzt haben sie so eine Stohle, die über die Schulter geht. Ich habe die V-Stohle. Kopftuch, das ist nur als Zeichen der Respekt vom Altar, vor der heiligen Kommunion. Als Maria-Vorbild nehme ich. Sie hat immer so ein Gewand mit einem Tuch über die Schulter gehabt. Viele auch Frauen in der Gemeinde, wenn sie zur Kommunion kommen, haben sie auch so ein Kopftuch. So über den Kopf. Der Priester hatte ja jetzt eher, ich sage jetzt mal, einen Mantel an. Hat der auch eine besondere Bedeutung? Das ist quasi ein Symbol für König. Jesus ist der König und das ist ein Symbol für ein Gewand vom König. Vielleicht noch mal zu Ihnen als Subdiakonin. Es gibt ja dann anscheinend verschiedene Weihen, haben Sie ja gesagt. In der lateinischen, in der deutschen Kirche gibt es die Diakonenweihe, die Priesterweihe und die Bischofsweihe. Wie sieht das bei Ihnen aus und wo dürfen Frauen auch geweiht werden? Ja, also bei uns gibt es viele Frauen, die zu Subdiakonen geweiht werden. Auch jetzt aktuell in der Heimat im Irak werden viele, viele, viele Frauen geweiht. Die genauso haben sie gesehen, wie die männlichen Kollegen habe ich die gleichen Rollen. Das ist die erste Weihe, aber das ist eine richtige Weihe, wie gesagt, vom Bischof mit Handauflegung und besonderer Feier. Dann gibt es die andere Weihe, die zum Diakon geweiht werden. Das ist, da habe ich kein Recht mehr drauf. Also ich als Frau komme nicht weiter, aber die, die geweiht werden, also zum Beispiel jeder Pfarrer ist zuerst ein Diakon. Das heißt, bei uns gibt es auch Ausnahmen in unserer Kirche, verheiratete Diakone können zum Priester später geweiht werden. Das gibt es auch, aber das ist nicht die Regel, aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn es zu wenig Pfarrer gibt oder Kriegszeit im Irak, da konnten nicht alle Pfarrer überall hinfahren. Die Leute waren auseinander, es gab keine Möglichkeit, wie hier, nicht jeder hat ein Auto, keine Eisenbahn. Also deshalb braucht zum Beispiel jedes Dorf oder jede kleine Stadt einen Pfarrer. Deshalb gab es auch Diakone, die später dann zum Priester geweiht wurden. Und als Frau kann ich nicht zum Priester natürlich geweiht werden, deshalb kann ich nicht zum Diakon, zum richtigen Diakon geweiht werden. Bei uns ist es genauso wie in der lateinischen Kirche die Diakone, können die heiligen Sakramente spenden. Aber auch nicht Regeln, das sind nicht die Regeln, sondern Ausnahmen. Zum Beispiel die Taufe oder die Trauung und so weiter. Das ist genauso wie auch bei uns. Und welche Aufgaben haben Sie jetzt speziell als Subdiakonin? Als Subdiakonin sind wir quasi Helfer für den Pfarrer. Wir haben, wir sagen immer Dienst des Wortes, also wir machen Lesungen, Gebete, die nur wir aufsagen, haben Sie das bestimmt auch gesehen im Gottesdienst. Manche Subdiakonen so abwechselnd sagen, sie bestimmte Gebete teilen Kommunion aus. Wir sind bei jeder Taufe dabei, bei Beerdigungen sind wir dabei, bei Trauungen sind wir dabei. Immer zusammen mit dem Pfarrer sind wir, also singen oder Lesungen wie gesagt und so weiter. Außerdem hat jeder so wie er will manche Aufgaben in der Kirche übernommen. Ich habe zum Beispiel die Ministranten übernommen, ich mache auch Katechese für die Ministranten, mache Katechese für die Erstkommunion-Kinder, weil die Kinder, die hier aufwachsen, können nicht mehr auf unserer Sprache oder Muttersprache alles verstehen. Deshalb mache ich alles auf Deutsch, also Unterricht, Geschichten aus der Bibel, über Jesus und so weiter. Aber wenn es um die Liturgie geht, Lieder und so weiter, muss ich alles wieder auf unserer Sprache beibringen. Was gibt es denn noch für Unterschiede jetzt außerhalb vielleicht auch der Liturgie? Also die Feste, die Feiertage und so weiter sind alle gleich wie in der lateinischen Kirche. Aber es gibt auch Festtage, die nur unsere Kirche betreffen, vom Osten. Zum Beispiel die Heiligen, wir haben Heilige dort, die hier nicht bekannt sind, die haben auch ein Fest. Jedes Dorf hat einen Schutzpatron für das Dorf oder für die Stadt oder für die Kirche. Und Fasten ist bei uns immer bis zum Mittag, bis 12 Uhr, ohne Essen, Trinken und danach dann natürlich nur vegetarisch, oder vegan besser gesagt. Also keine tierischen Produkte, nur vegetarisch. Gibt es denn hier Besonderheiten im Altarraum? Ja, wir haben die Kirche 2014 von der Diözese Rottenburg zur Eigennützung der kaldischen Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen. Bis dahin war die Kirche stillgelegt. Davor waren wir in Bodnang in Stuttgart, haben wir dort gefeiert. Aber die Anzahl der Gläubigen ist immer gestiegen, weil damals waren ja die Umruhen, die Verfolgung im Irak. Und wir sind wirklich immer mehr und mehr geworden und die Kirche war sehr klein. Deshalb haben wir eine größere Kirche gesucht und wir sind sehr glücklich, dass wir diese schöne Kirche hier bekommen haben. Dann haben wir versucht, ein bisschen unsere Tradition reinzubringen. Sie sehen hier die Mauer hinter dem Altar, das symbolisiert Babylonstil. Also so wurde damals gebaut, das babylonische Baustil. Den Altar haben wir dann mit roten Teppich verlegt. Das ist ein Symbol für das Blut der Märtyrer. Die Kirche im Osten, oder unsere Kirche, ist bekannt als Kirche der Märtyrer. Und wie gesagt, habe ich da erzählt, unser Schutzpatron heißt Marsham Unbar Sabay. Der war der zweite Patriarch der Chaldeischen Kirche im Osten. Und der wurde von den Persern umgebracht. Und viele, viele, über Jahrhunderte ist die Kirche immer verfolgt. Also die Christen wurden umgebracht von verschiedenen Seiten, ob Türken, Persern, vom Islam später dann, von Muslimen. Und deshalb dominiert hier die rote Farbe bei uns. Und als Symbol für das Blut der Märtyrer trägt unser Patriarch bis zum heutigen Tag rote Kleidung. Das ist die rote Farbe. Und dann haben wir über dem Altarraum im aramäischen Schriftzug, der Chaldeisch, heißt, wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Deswegen auch der Stern direkt vor der Schrift, auch in Rot gehalten, genauso wie das Holzkreuz. Das hat ja auch ganz viele rote Farbpigmente. Genau, das ist nicht einfach, weil Rot schön ist, aber das bedeutet das Blut der Märtyrer. Wir denken immer, und jeden Gottesdienst beten wir auch für die über Jahrhunderte von Anfang an, die Märtyrer in der Kirche, die werden immer erwähnt im Gottesdienst. Wir beten für die Verstorbenen und so, aber davor kommen auch die Märtyrer in der Geschichte der Kirche, also generell. Und dieser Spruch hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung. Das ist von der Bibel, vom Evangelium. Und wir haben seinen Stern, die drei Könige. Die Weisen aus dem Morgenland. Genau, genau. Und deshalb, wir sind aus dem, wir haben seinen Stern im Osten gesehen und wir kommen vom Osten. Deshalb, das war etwas Besonderes für uns. Und dann der Stern und das Licht ist Jesus in der Mitte. Und wir sind gekommen, ihn anzubeten. Und das in der Hoffnung, dass wir hier auch ein Licht sein werden, für die, die das Licht noch nicht erkannt haben und gesehen haben. Das ist die Bedeutung. Und dann, als Geschenk von unserem Bischof im Irak, für die neue Kirche, hat er uns das Kreuz geschickt, als Geschenk. Das ist ein kaldeisches Kreuz. Es ist ein bisschen anders. Wollen Sie es mal beschreiben? Ja, also die, sie sehen ja drei Rundungen im Außen, also jede Seite, mal vier, das sind die zwölf Apostel, die in vier Richtungen der Erde gegangen sind, um das Wort Gottes zu verkünden. In der Mitte vier Rundungen, das sind die vier Evangelisten, die das Evangelium geschrieben haben. Matthäus, Johannes, Lukas und Markus. Genau. In der Mitte sehen Sie zwei Buchstaben, kaldeisch oder aramäisch. Das bedeutet J und H. Das steht für Jehova, Gott. Über dem H sind drei Punkte. Das bedeutet die Dreifaltigkeit Gottes. Und die rote Farbe, wie gesagt, als Symbol für das Blut der Märtyrer. Und weil Jesus auferstanden ist, ist er nicht mehr auf dem Kreuz. Ja, wie ist das möglich, dass hier doch einiges ein bisschen anders ist und es trotzdem eine katholische Kirche ist? Wir sind seit 1552 mit Rom uniert. Also unsere Kirche im Osten, seitdem ist sie mit Rom uniert. Aber wir sind eine eigenständige Kirche mit eigenem Ritus. Aber ansonsten ist genauso alles wie in der lateinischen Kirche. Wie gesagt, die Liturgie stammt vom ersten Jahrhundert direkt nach Jesus als St. Thomas, also einer der zwölf jüngeren Jesu, der nach Osten ging, also über Irak, Iran bis nach China angekommen ist. Also die Missionierung erfolgte durch den heiligen Thomas. Der ist der Gründer der Kirche im Osten. Sie haben jetzt das Wort uniert benutzt. Können Sie das nochmal genauer erklären? Uniert, das heißt, wir unterstehen dem Papst. Also alles, wie gesagt, wir sind eine eigenständige Kirche. Wir haben den Patriarch Louis Sarko, das ist das Oberhaupt der Kirche im Irak. Aber er befolgt alles, was der Papst entscheidet, was die Kirche angeht. Also so Regeln, Gesetze, was Neues gibt. Aber was die kaldischen Gemeinde alleine betrifft, dort im Irak, das kann er selber alles ohne Rücksprache mit dem Papst zu halten, entscheiden. Zum Beispiel, wenn es um Verwaltung geht oder Kirchen oder Weihe von Priestern und so weiter. Nur bei Weihe von Bischöfen muss er Rücksprache mit Vatikan erhalten. Also das heißt, er schickt seine Kandidaten, die Priester, die zum Bischof geweiht werden sollen, schickt er die erstmal nach Rom. Die werden geprüft und bis die Zustimmung erfolgt von Rom, können sie dann vom Patriarchen dort zum Bischof geweiht werden. Und wenn es eine Änderung in der Liturgie gibt, zum Beispiel, die wollen irgendwas im Gottesdienst ändern oder kürzen oder egal, was es in der Liturgie gibt, muss er wieder alles dem Papst vorlegen. Die wird auch von einem Komitee dort geprüft. Wenn die nicht geprüft wird, dann dürfen sie das nicht ändern. Das heißt, uniert. Und sonst alles, was entscheidet wird in Rom, müssen wir auch folgen. Also genauso wie in der westlichen Kirche. Was bedeutet es denn, chaldeischer Christ hier in Deutschland zu sein? Momentan gehören bis zu 3000 Chaldee hier zu unserer Gemeinde. Das heißt, die leben nicht alle in Stuttgart, sondern Stuttgart und Umgebung. Also Ludwigshafen. Wir haben Leute, die vom Bodensee teilweise zu uns zum Gottesdienst kommen. Rotenburg, Herrenberg, Singen. Wir haben überall, also sie sind verstreut. Die, die länger da sind, haben auch inzwischen Autos, aber die meisten kommen auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Kirche. Deshalb ist es schwierig, für alle regelmäßig und jeden Sonntag hier präsent zu sein. Generell in Deutschland gibt es fünf Zentren für Chaldee. Die größte Gemeinde ist in München. Dann wir. Dann haben wir in Essen. Das heißt, also Essen, Köln, Düsseldorf, Bonn und so weiter. Dann gibt es in Mainz eine große Gemeinde. Und in Berlin. In Deutschland gibt es fünf Chaldeische Priester. Es gibt aber auch viele andere Orte, die weder eine Kirche haben, noch ein Seelsorgezentrum. Es gibt auch einen Pfarrer, der sie besucht. Deshalb gehen sie in die deutsche Kirche. Ab und zu, wenn er Zeit hat, je nachdem, Pfarrer von Bayern oder von Baden-Württemberg oder Essen besuchen auch diese Leute. Und vielleicht ein, zweimal im Jahr. Damit sie auch einen Gottesdienst auf Chaldeisch, also auf Muttersprache haben. Wir sind wirklich sehr, sehr, sehr glücklich, dass wir hier diese Kirche bekommen haben. Zur Eigennutzung. Es ist quasi ein Ersatz für die Heimat geworden. Auch, sie haben gesehen, die Leute wollten gar nicht mehr weg, weil sie treffen sich einmal die Woche und erzählen, die die Hilfe brauchen, unterstützen wir. Was sollte man denn ansonsten noch über die Chaldeische Kirche wissen? Jeder ist herzlich willkommen bei uns. Weil die Leute so weit weg von der Kirche wohnen, versuchen wir, denen das zu erleichtern. Wir geben jetzt, wenn sie runtergehen, Katechese für die Kinder, für die Kommunion, Erstkommunion. Dann gibt es, wir haben auch Frauenkreis, die sich einmal im Monat treffen, unser Chor übt. Jetzt nochmal zum Schluss. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz und spontan sagen, was Sie besonders gut an der Chaldeischen Kirche finden. Ich persönlich? Ja, Sie persönlich. Bis 2007 habe ich immer die Kirche Heiliggeistkirche in Schorndorf besucht. Meine Kinder haben dort Kommunion gehabt, Firmung gehabt. Die haben dort ministriert, bis sie angefangen haben zu studieren. War alles gut. Aber irgendwas hat mir gefehlt. Im Gottesdienst auf Muttersprache, diese Gebete, die Lieder, die wir von klein auf kennten und gebetet haben, hat mir alles gefehlt. Was besonders daran ist, für mich die alte Liturgie, die wir, wie gesagt, direkt von Heiligen Thomas bekommen haben. Das ist für uns was Besonderes und dass der Glaube vom Osten kommt. Also Jesus stammt ja von Palästina sozusagen vom Osten. Das ist für uns was Besonderes und wir sind sehr stolz darauf, dass wir immer noch Chaldeisch sprechen, Sprache Jesu. Das sind so Besonderheiten. Das ist was, was ich kann nicht vielleicht sagen, nirgends hier in einer anderen Kirche finde. Es gibt ja andere, andere katholische Kirchen. Ungarisch, kroatisch. Aber die sind alle lateinische Kirche. Das ist alles das gleiche, Ritus, das gleiche. Jede Kirche hat natürlich ihre eigene Tradition oder Geschichte oder so. Aber bei uns ist das Besondere, dass das vom Osten stammt. Direkt von dem Heiligen Thomas. Die Liturgie, das ist ein Erbe, das wir bewahren müssen. Das ist eine Pflicht für uns. Das war auch meine Fürbitte. Dass wir die, dass die Geschichte und die Tradition nicht verloren gehen, integrieren. Ich bin dafür, dass wir uns gut hier in der Gesellschaft integrieren, aber diese schöne, alte Kultur, Tradition, Sprache nicht verlieren. Dass wir dafür kämpfen, die zu erhalten. Herr, wir bitten dich, uns und unsere Gemeinde, die in Deutschland zu beschützen. Möge den Frieden in unserer Gäste und Häuser herabkommen. Hilf uns, dass wir Kinder des Friedens unterbuchen sind und dass wir unsere alten Friedens und unsere alten Tradition fahren wollen. Lassen wir uns alle Christen ein gutes Beispiel in den Ländern, in denen wir schützt, gesucht und gebunden haben, sein. Gott, unser Vater. Liebe Frau Hilbert, vielen Dank in diesen spannenden Einblick in die khaldeische Kirche. So anders kann katholisch sein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!